Okay, das heißt, den Scheiter brauche ich gleich beachten. Gut. Reicht das schon, oder muss ich ihn nach unten legen? Nein, das reichte schon. Was? Ich kann von hier aus nirgends hinschiften? Doch, so kann ich shiften. So, jetzt muss ich als nächstes dich umlegen. Und es passiert nichts. Um die nochmal umzulegen, hat auch nichts gebracht. Okay. Vielleicht wirklich gerade andersrum. So. Vielleicht ist das jetzt hier ein Taunt. Und ich muss erst den umlegen und dann die beiden. Vielleicht ist das wirklich nur, um den hier in der Ecke umzulegen. Nein. Keine Lust, da runterzufallen. Ich habe ja nur die Schalter. Ich glaube nämlich kaum, dass ich an dem hier noch was machen kann. Ah. Okay. Rätsel gelöst. Ich muss zuerst den umlegen. Weil da geht zuerst die Luke auf. Habe ich jetzt gerade festgestellt. So. Ich konzentriere mich mal hier ein bisschen. So. Den hier. jetzt den hier als nächstes so oder den hier tread freely, the pits do not go far okay hi okay das sind böse, deswegen ein bisschen Nahrung für meine Frontkämpfer, dass wir Schaden raushauen so dort habe ich noch genug leere Flaschen soll ich aber nicht wirklich häufig einsetzen, weil sonst sind sie weg, meine Trankflaschen okay, da ist ein Giftpilz und der droppt netterweise Essen da ist auch übrigens einer da ist noch eine Krabbe hier, komm ruhig her, Pilzchen oder bleib einfach da drüben, dass ich die beballern kann okay okay hm oh habe ich jetzt auch noch dich aufgeweckt komm, wie oft muss ich dich noch casten, noch einmal jetzt gut nochmal ein Stück Pilz hey, da ist ein Heikristall hey, da ist ein Heikristall der Slash hat doch ordentlich Schaden gemacht so und der Trust ebenso okay okay ich will mal kurz ausprobieren wohin diese Pits gehen sollen ähm ähm ja okay oh heavy armor heavy armor nicht schlecht macht macht und allerdings mein Gewicht etwas runter aber das ist okay okay äh Jedenfalls nicht durch die erste da. Okay, das hat jetzt was genau gemacht. Hä? Hier sind jede Menge Conduits. Das sehe ich schon mal. Ah. Das sehe ich schon mal. Okay, es gibt mehrere Conduits und da... Spawnen einfach Viecher. Na gut, gegen... Zwei Spinnen und einen Crowburn. Wo auch immer der Crowburn jetzt hin ist. Auto of Light? Da bist du ja. Wir sehen eigentlich die Erfahrungspunkte zur Zeit aus. Okay, okay und... Ja, sie bräuchte jetzt das Pendant. Äh ne, er bräuchte das Pendant. Auto of Light, okay. Da habe ich auf jeden Fall was Nettes gefunden. Oh, und ich kann hier gar nicht mehr zurück. Ach gut. Da geht's runter. Da geht's runter. Oh. Da geht's noch weiter runter. Frostbomben, hm. Hm, kann man gebrauchen. Necromantical Laboratory. Okay. Woah. 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 Nein, 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 nein. Hilfe. So was von Hilfe. Uwe. Okay, hier geht's einfach nur runter. Du bist kein Geier. Ja. Du bist nur ein... Du bist nur ein... Du bist nur ein normaler. Hm. Das ist alles Gift hier. Ja. Oh. Oh. Ich sollte jetzt auf jeden Fall... Das hier aufheben. Und das Essen auch erstmal aufheben. Vor allem, weil ich hier an... einem... blauen Stein stehe. Ja. Ja.